ein guter wie und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich bin der genji und heute ja heute gibt es etwas besonderes dafür habe ich meine chill brille auf ja aber dazu komme ich gleich ich hatte heute spätschicht acht stunden arbeit hat noch die heimfahrt gehabt und 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 was macht man nach so einem tag entspannen und wie kann ich mich entspannen also ich kann mich mit dem bussimulator richtig gut entspannen wie weit geht es lachen aber noch nicht noch nicht wegschalten das ist wirklich mein ernst wenn ich abschalten will spiele ich den bussimulator und bevor ich jetzt fragt ja aber jeder kennt das jeder ist doch schon mal mit dem bus gefahren vielleicht könnt ihr euch an früher erinnern auf dem weg zur schule oder zur arbeit morgens da ist noch so dunkel und da kommt der bus und ihr steigt ein und ihr wisst ihr habt vielleicht noch eine halbe stunde bevor er ankommt dann setzt euch hin dieser klang des busses und was alles was dazu gehört das gibt es alles auch in diesem spiel und deshalb möchte ich euch einladen das ganze mal ein bisschen auf euch wirken zu lassen euch zurückzulehnen und ich gebe euch noch ein tipp am besten ihr zieht euch kopfhörer an der so abends im bett liegt oder auf der couch weil ihr wollt nebenher irgendwie was noch erledigen und ihr wollt einfach irgendwas laufen lassen dann hast dieses video laufen jetzt nur mal ein test vielleicht im nächsten video noch mehr mal unterhalten und noch ein bisschen reise sprechen na gucken das ist jetzt auch für mich das allererste mal ja und um dieses chill video etwas besonderem zu machen habe ich meine chill brille an moment das beste habt ihr noch gar nicht gesehen achtung ich mach mal hier licht der aus der schrecke es ist dunkel achtung die chill brille wird jetzt aktiviert die kann man sogar in verschiedenen modi aktivieren achtung das ist das ist das nicht geil da kriegt mir ein epileptischer anfall das ist geil manchmal kurz die nicht die wir haben achtung so schnallt euch an nehmt platz in meinen bus falls es jemand interessiert wir fahren mit einem man lions city a 21 lasst es auf euch wirken taucht ein und viel spaß dann bis gleich nach dem kurzen intro ich habe mein einsatz schon wieder verpasst dann starte ich mal den bus viel spaß ich habe ein bisschen was Lieserhal, Rathaus. Lieserhal. Lieserhal, Rathaus. 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 Rathaus. Lieser, Rathaus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie versperren die Tür Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020